Fluchtweg auf St. Pauli Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn Zinksärge für die Goldjungen Mädchen mit Gewalt Also das ist natürlich ganz schön aufregend Aber irgendwie, da fehlt was Die Brut des Bösen von mir Von Christian Anders Auf Subkultur Da freue ich mich schon drauf Die Brut des Bösen